Hast du auch keine Lust, deinen Ofen zu schrubben? Dann musst du diese geniale Methode unbedingt einmal ausprobieren. Denn nach einiger Zeit sieht der Ofen nicht mehr so wirklich schön aus. Und jedes Mal, wenn du ihn benutzt, wird er immer dreckiger. Deshalb solltest du ihn regelmäßig reinigen. Doch kaum einer hat darauf Lust. Doch das wird sich nach diesem Video ändern, wenn du siehst, wie einfach es gehen kann. Alles, was du dafür brauchst, ist ein herkömmlicher Geschirrspül-Tab. Diesen gibst du in eine Schüssel und dazu kommt dann noch heißes Wasser. Denn dadurch löst sich der Geschirrspül-Tab hier komplett auf und das ist es, was wir im ersten Schritt erreichen wollen. Warte dann nach einigen Minuten, bis er sich wirklich komplett aufgelöst hat. Du brauchst auch nicht wirklich viel Wasser. Eine kleine Menge ist bereits ausreichend. Und jetzt kannst du damit schon zu deinem verschmutzten Backofen gehen. Zieh dir am besten Handschuhe an, schnapp dir einen Schwamm oder einen Lappen und verteile etwas von dem Geschirrspül-Tab Wasser jetzt in den Backofen. Wir wollen, dass das Ganze hier richtig schön einweichen kann. Dafür benetzen wir alles einmal mit der Flüssigkeit und dann kommen wir auch schon zum zweiten Schritt. Hierfür solltest du jetzt zur herkömmlichen Haushaltsrolle greifen. Denn diese kann uns noch etwas helfen, indem wir sie ebenfalls in diese Lösung geben, damit sie richtig schön nass ist und jetzt legen wir sie dann komplett im Backofen aus. Du kannst sie auch erst in den Backofen legen und dann mit dem Schwamm und der Flüssigkeit etwas befeuchten. Am Ende solltest du dafür sorgen, dass die gesamte Haushaltsrolle hier richtig schön überall am Backofen anliegt. Denn dadurch können wir jetzt dafür sorgen, dass zum Beispiel auch an den Seitenwänden diese Geschirrspül-Tabflüssigkeit richtig schön haften kann. Die Flecken werden somit aufgeweicht und danach musst du sie nur noch wegwischen, damit alles sauber ist. Je nachdem wie stark es verschmutzt ist, solltest du es jetzt so mindestens 30 Minuten einwirken lassen. Du kannst es aber auch ein paar Stunden einwirken lassen und zwischendurch immer nochmal feucht machen. Danach nimmst du dir jetzt wieder Handschuhe und musst die Haushaltsrolle hier einfach aus dem Backofen entfernen. Dabei kannst du auch schon mal ein wenig wischen und den groben Schmutz so wegbekommen. Für die richtig harten Verschmutzung brauchst du allerdings noch einen Schwamm und musst noch ein paar Mal drüber wischen. Doch die meisten Flecken lassen sich hier wirklich unglaublich schnell und einfach lösen. Danach mit einem feuchten Tuch nochmal drüber wischen und schon ist der Backofen wieder richtig schön sauber und das ohne, dass du hier richtig doll schrubben musstest. Probiere diesen genialen Trick doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt auch immer wissen, warum du eine Orange auf deine Heizung legen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.